Bienchen zum Herum Hallo und herzlich willkommen zu Marmol am Abend. Ja, heute stehe ich mal wieder hier. Das Wetter ist gut. Und jetzt sitze ich hier auf meinem Gartentor. Jetzt noch ein bisschen in den Garten gehen. Ja. Dann schauen wir mal. Tja. Und wie ihr seht, wird es natürlich wieder grüner. Und ich laufe durch meinen Garten. Ja. Muss ich euch mal ein Gebüsch zeigen. Habe ich mal rangezogen. Hier, so ein Stück. Habe ich mal gehabt. So ein Stück. Und daraus habe ich das gemacht. Naja. Gewohnheitssache, nicht? Wenn man so in Marmol am Abend ist. Und hier durch meinen Garten geht. Oder wie ich hier durch meinen Garten spaziere. Macht das doch immer wieder Spaß. Aber spazieren gehen ist ja nicht alles. Ja. Heute Abend auf den Markt gehen in Holland. Ja, in den Niederlanden. Muss auch mal wieder sein. Aber hier so durch meinen Garten zu gehen, ist natürlich auch interessant. Wenn man so sieht, unseren Nussbaum. Oh, ich hab mal den Ball in der Tasche. Den Kickerball. Naja. Den brauchen wir nicht. Den hier. Naja. Weil es wird ja auch sommermäßig und Frühling. Wie man sieht, jede Menge Sonnenblumen. Auch Löwenzahn genannt. Und ja. Was Mahlen am Abend so bringt. Zeigen wir euch. Ja. Ich muss jetzt sagen. Oder muss ich nicht sagen. Aber ich sage es trotzdem. Wir machen Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder ab 19 Uhr. zu Manuel am Abend natürlich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Dann gibt es die nächste Folge. Und bis dahin. Und tschüss. Da, 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 da. Nooo